Hallo, Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, da ich Livestream immer lange, habe ich gedacht, ich mache die Let's Plays Parts beim Livestream aus Mountain Blade Warband und vielleicht noch etwas anderes, zum Beispiel Server Gameplay, damit ich einfach die Zeit habe, auch mal für Pfades und so. Ja, und Mountain Blade Warband geht normal weiter als Let's Play, eventuell auch mal im Livestream, aber das kündige ich an. Und ja, muss ich da noch schauen, gell? Es geht einfach besser so. Da kann ich viel mehr aufnehmen, das, was ich ja natürlich, das auch sehr erfolgreich ist, zum Beispiel und so weiter. Und, ähm, Mountain Blade Warband, da muss halt, äh, ja, wird er ein bisschen erfolgreicher werden und so weiter. Ja, ich werde mal schauen, hä? Auch wenn nur wenige schauen, ich bin trotzdem ein bisschen glücklich, dass ich das noch Let's Playen kann und darf, hä? Wir haben genug Geld, wir kaufen das, das Korn. So. Ja. Heute müssen wir wieder ein bisschen Ema verteidigen. Ich denke, ich werde ein bisschen herumlaufen in der Nähe. Ich hoffe, dass Nord bald aufhören mit dem Krieg. Beziehungsweise Swadien. Swadien ist ja der, der Krieg macht. Hm. Dieses Volk, das Krieg macht. Boah, ist das schön, dieses Dorf. Mann, die haben nie Aufgaben. Hier hast du eine Faust. Reizer. Ja, wir müssen einfach in der Nähe bleiben. Geht's uns nicht anders. Scheinbar greifen die nicht mehr an, hä? Ich hätte gedacht, die Nords würden sofort angreifen. Das Dorf heilen. Das ist in den Swadien. H.N. Nicht? H.N. Und S.R.A.N. 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 Auch nicht? H.P.A. 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 ist hier. Aber wo wurde denn das geplündert? Keine Ahnung. Ich dachte, S.R.A.N. 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 all dieses Scheißzick. Hier auch, hm? Ja, ja, da auch, da auch, da auch, das auch, das auch, das auch und dann ab hier, naja gesprungen muss ich ja auch nichts haben, hä? Jetzt müssen wir alles wieder sortieren, wenn das nicht automatisch geht oder sonst irgendwas. muss. Naja. Ja, es ist ein bisschen ein schlechter Entwickler, er kommt von der Türkei und naja, er hat halt viele Bugs immer. Es gibt viele Bugs, die in den Trins sind und hohl sind und blöd sind. Und das nervt. Aber es ist so ein gutes Spiel sonst. Viel zu schnell veröffentlicht worden, das Spiel, auch das normale Bandenblad. So, du hast nämlich schlechtere Lederhandschuhe. Aha, du hast nämlich schon. Mach ich mal auch von unten. Du hast. Und du? Du hast noch keine. Also wenn du gut verteidigt bist, dann musst du nichts an der Gute haben. Ja, jeder noch. So, oder? Schwingen und 36. Ja, da hat sie viel besser. Gut. Aha, Level Up. Ja, Waffenmeister könntest du nehmen. Mal kurz schauen. Ja, ja. Waffenmeister. Du hast einen Hammer. Da kannst du eigentlich Zweihandwaffen nehmen, hä? Dann nimmst du mal. Ja, geht nichts. Waffenmeister ist Wendigkeit. Nimmst du Wendigkeit. Nimmst. Nimmst. Reiten. Laufgeschwindigkeit und Reiten braucht man gemeinsam nicht. Beziehungsweise schon, wenn er dann runterfällt. Nur bei unserem Charakter braucht man eigentlich beides. Ja, Schlagkraft natürlich. Und Zweihandwaffen. Du hast einen Hammer. 37. Nimmst du da oben 38. Du siehst immer noch aus wie ein Salon nieder. In diesem. Hä? Okay, 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 okay. Ja, dann haben wir alles, hä? Hm. Gut. Wieso wurde Burgundur geplündert? Welcher Ort war an der Norden, den wir besiegt haben, hä? Den haben wir da besiegt. Oh, da haben wir einen 55er. Diese Zahlen drehen immer. Eieiei. Gut. Ich bin ja manchmal zu überhastet, hab ich so das Gefühl. Weil ich bin ja eher ein schnellerer Let's Player, also der ein bisschen alles zackiger macht. Dann habe ich manchmal einfach, tut mir leid, ähm, Verspreche sozusagen. Ich laufe. Mann, bin ich langsam runter. Auch zwar auch. Aber das ist nun mal das Spiel. Ich möchte ja nicht, dass ich so viele siegen kann. Weil die anderen Erfahrungen brauchen. Und nicht ich. Berserker-Modus wieder an. Oh, voll in den Kopf. Eieieiei. Heftigst. Heftigst. Wow. Richtig toll. Ja, dankeschön. Hat mir Spass gemacht, hä? Wunderbar. Ah, wir haben noch eh zu viele Gefangene. Gut. Oh, Sackspäre. Ja. Super. Ah, die brauche ich nicht hier. Ah, die halt. Die zwei. Ach, egal. Schmira. Schmira. Ist wieder Level Up. Die ganze Zeit ist die Level Up. Wie viel hat die? Welches Level? 13. Okay. Stärke. Wendigkeit. Wendigkeit. Dann machst du mal Wendigkeit und Waffenmeister. Und, äh, Zweihandwaffen natürlich. So. Und sonst. Nix. Gut. König Ragnar, was machst denn du? Mhm. So. Also, dann müssen wir nochmal gucken. Noch kein neuer. Aber der andere, der Leslie ist weg. Ja. Ach, da ist er, der Leslie. Naja, müssen wir noch ein bisschen warten, hä? Ja. Ja, ist immer das gleiche. Wo ist der Ragnar, äh, wo ist denn jetzt, ähm? Der Clan. Riebelet. Äh, pff, pff. Soll der da oben stinken. Der stinkt doch nur. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Nach Elmer. Und gucken, dass wir endlich mal eine Quest bekommen. Eieieiei. Eieiei. Sicher wird er die Brot, äh, also die Weizen-Quest, die, weil es ja kein Weizen gibt. Eieiei. Eieiei. Nein. Wieso denn immer nichts? Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. 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 Graf Reichen. Ah, okay. Waffenstillstand ist abgehört. Haha, Rejek, hä? Rejek? Ich komme und besiege dich, du Noob. Ständig mich angreifen, hä? Pöser Noob. Ha, ja, ja, du treust dich immer wieder, mich zu sehen. Ja, ja. Jetzt ist er schon mit minus acht. Ist er nicht gerade zurück? Ne, das war ein anderer, gell? Äh, äh, wenn er zurückge- äh, wäre, dann hätte ich wirklich gefeiert. Dann wird er einen Beziehungspunkt wieder abzuschliessen. Nein, ich will ihn besiegen. Ihr bringt ihn ja nie um. Ha, 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 ha. Ich bin einfach gut. Einfach der Beste. Ja. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Schnitze... Mehr Schnitze... It's how up du scheisspferd to dat? Hau ab! Du siehst ihn ja doch nicht. Verschwindet. Ich bin so ein Ding. Ein Berserker. Okay. Ja, lass mich jetzt mal durch. Ich muss noch ein paar Gegner töten. Alle verschwärmen mir den Weg. Stück für Stück. Super Mario. Ich will mal alle Freunde platt treten. Hm. Virendis hat versagt. Wieso schafft er es sich zu flirren, wenn ich so eine mega Attacke auf ihn auslasse? Wuhuuu. Bodkinpfeile verbogen. Mit keinem Boni. Was hat denn der für Sachen? What? Ist weniger teuer? Dann nimmst du das. Mano, hat er schlechte Sachen. Das ist, weil wir ihn immer wieder besiegen. So, jetzt schauen wir mal, ob er immer wieder angegriffen wird. Da ist schon jemand. Ah, da ist er hier. Das ist die vorige gewesen. Okay. Hm. Tja. Wieder einen guten Sieg geschafft. Hm. 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 Jo. Dann. Aufgaben. Hm. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass... Okay. Es war ein Enjoy. Delinart! Du Arschloch! Oh yeah, weh. Das geht mal gar nicht. Hm. Was habe ich jetzt wieder? Schleim im Hals. Wäh. Ich tue. Hm. Hässlich. Hässlich. Graf Raffach. Ich werde vielleicht mal Delinart besuchen gehen. Wohin ist er geflohen? Jetzt sieht man das nicht. Hm. Es sind immer noch die gleichen. Anmerkungen, Spiellog. Nein, hier. Rotox angeschlossen. Delinart. Dann werden wir den mal ein bisschen besuchen. Das ist ja gleich um die Ecke. Vielleicht kann man ihn so anreden. Ja, wieso hast du das Svadian verlassen, du Scheißsaal. Aber eben so Leute wie Rochebart werden natürlich nie. Olaf kommt auch wieder. Die hassen mich so. Gut, machen wir das noch. Tredian. Okay, super. Also ja, nicht so gut, aber schon. Schön, dass mal gewechselt wird. Oh, naja, nein. Wenn ein Trelleboot Ding ist. Ein feindliches Ding. Müssen wir zurück nachher. Ich werde jetzt alle besiegt. Nein, das regt mich auf. Das regt mich am meisten auf. Ach, komm. Bisschen Haushalten. Und starten. Yes. Los. Yes, genau von der Seite rein. Ja. Schön. Ach, wie schön. Ist dieses Geschnetzel. Ich habe Geschnetzeltes Gehen. Nein, ich habe es nicht so gerne. Hauen wir alles runter. Wir sind einfach zu OP. Ihr seid nur mein Gefangener. Es reicht mir einfach langsam. Mordfett heran. Naja, brauchen wir nicht. 20. Ja, ja. Der, die Schuhe waren es. Nein, der Helm. Okay. Jetzt müssen wir uns langsam ausladen. Ich muss unbedingt zurück. Werden wir das schaffen. Muss ich das nochmal raisen. Abtrünigerfürst. Ja, das ist wieder Delinart. Da irgendwo. Na, das ist vor Ort im Kampf. Toll. Ich habe gar nicht so lang. Also wahrscheinlich muss ich jetzt einfach zurück. Mache ich im nächsten Part. Ich hoffe, der Part ist noch nicht zu kurz. Aber, ja. Ich bedanke mich. Trotzdem. Tschüss. Es war noch zu kurz. Also, doch. Weiter. Ja. Gehen wir nach Ergelion. Hm. Hier ist wirklich nichts. Ich müsste nach Velocco gehen. Aber nach Eme müsste ich auch trinken. Hm. Weil Finkurt. Muss ich kurz schauen. Finkurt ist hier. Das war das andere. Nein, das andere war. Das war Finkurt. Oder sowas. Mach beim Turnier mit. Ja, klar. Mache ich noch kurz mit dem Turnier mit. So. Mhm. Okay, die hauen nie ab. Eiei. Ah, endlich. Der Lösegipfelmittel ist hier. Gut. Wieso merken die Leute eigentlich nicht, dass ich so zu stark bin? Die greifen mich trotzdem immer blind an. So. Haben wir hier noch? Ja. Schwerer Spalthammer. Und das Neues, nimm noch die Militärsense. Gut. Ja, jetzt müssen wir leider weiter. Abgehen noch zu den Banditen. Prima. Los, erledigt sie. Sind die anderen nicht dabei? Okay, die schliessen uns gar nicht uns an. Scheinbar. Dann nehmen wir die Banditen einfach denen weg. Gut. Okay. Genau, in den Baum reinrasen. Okay. Ah, Level Up müssen wir noch machen. Stimmt. Ach, die Kai. Yay. Die BX-Banditen können wir noch verkaufen. Ja, ja. Ach komm. Heh. So. Ja, dann müssen wir kurz noch verlucken. Heh, heh, heh. Zum Lösegeldvermittler, heh. Eh, du, Lösegeldvermittler, komm. 40.000. Jetzt haben wir plötzlich zu viel Geld wieder. Oh. Boah. So. Okay, dann müssen wir noch eh mal, heh. Bitte Quest. Bitte. Eine Quest. Bitte, bitte. 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 Gucken wir mal, heh. Jaja. Nein. Jetzt bin ich sehr wütend. Sehr traurig. Vor allem aber auch wütend, dass es mir immer nie eine Quest gibt. Eieieieiei. Kommt scheinbar gerade niemand, heh. Tribion. Ach, heh, der hat immer die gleiche Frage, Alquest. Aufenthaltsort, Delinat. Uxal, oje. Okay. Schade. Ja, kann man nix machen. Ich kann einfach nicht weg. Ich hab immer das Problem, dass ich vielleicht angegriffen werde. Nein, ich Kuro genommen, hey. Das ist ein Mist. Scheiße. Hm. Naja. Und die halt das nicht verteidigen können. Ja. Na gut. Jetzt geht's noch 19 Tage. Was machst du da? Hm. Einfach erkunden. Ja, Veloka. Gut. Gehen wir den nächsten Part gleich dorthin. Noch keiner kaget, oje. Schauen wir uns noch kurz das Gebiet hier an. Was war? Seit wann ist Uxal denen? Haben wir Krieg? Ich hab gar nichts gemerkt. Nein, noch Krieg mit den Orts. Hä? Seit wann haben die das genommen? Jetzt versteh ich nix mehr. Seit wann haben die Kura genommen? Hä? Ich versteh gar nichts mehr. Wir waren doch nie im Krieg. Wie können die das haben? Wann hatten wir Krieg vor Jahrzehnten? Jetzt muss ich mal schauen, ist das ein Bug? Kann schon sein, dass es ein Bug ist. Fraktionen, ähm, Swadien. Rodox, Könige haben keine unbegleichten Rechnungen mit dem... Ah, mit dem Rodox, okay. Ähm. Königreich Norden mit dem Waffenstechstamm enden. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Und irgendwie Uxal wieder zurücknehmen. Hä? Bäh. Tschüss. Tschüss. Tschüss.